Hi zusammen, Paul Mitchell, Flexible Style. Unter Flexible Style verstehen wir Produkte, die sehr, sehr flexibel sind. Für all diejenigen, die ihren Look gerne einmal verändern möchten, haben wir perfekte Produkte. Ihr könnt sie mit Wasser reaktivieren und somit dann eben auch nochmal am nächsten Tag mit euren Haaren spielen. Es ist eine sehr, sehr große Bandbreite in Flexible Style. Mit Sprays, mit Wachs, mit Gel, mit ganz vielen verschiedenen Konsistenzen können wir hier Looks erstellen, die sehr flexibel sind und wandelbar. Deswegen viel Spaß mit den nächsten Videos, wo all die Produkte aus der Flexible Style Serie erklärt werden.